Herzlich willkommen zum Grazer Stadtklub-Gespräch. Ich weiß, wir haben lange nichts von uns hören und sehen lassen, aber jetzt ist es wieder soweit. Wir wollten die Pandemie abwarten, aber sie dauert uns jetzt zu lang. Wir werden doch ungeduldig. Deswegen gibt es jetzt schon die nächste Folge. Wir freuen uns sehr über einen Gast, den sich viele gewünschen haben, schon in den letzten Wochen und Monaten. Martin Haare ist heute bei uns. Hi! Herzlich willkommen, hi! Martin wird uns einige Fragen beantworten, abseits des täglichen Spielbetriebs und der üblichen Fußballer-Fragen und Antworten. Wir haben übrigens begonnen, hier im Trainingszentrum Graz-Weinzödel aufzubauen, unser Equipment als die Sonne schien. Martin sitzt exakt so, damit er nicht gegen die Sonne schaut. Und jetzt beginnen wir, 20 Minuten später zu drehen und es beginnt zu schneien. Können spannend werden heute auch wettertechnisch und hoffentlich auch inhaltlich. Viel Spaß! Martin, du bist jemand, über den es so viel zu besprechen gibt, wie bei kaum jemand anderem in unserem Kader. Du hast viele Orte gehabt, an denen du schon gelebt hast. Du hast auch fußballerisch vieles erlebt. Du hast einfach schon ein bisschen Erfahrung. Und du bist trotzdem, das hat mich überrascht, gar nicht einmal so alt für das, wie viele Stationen und Alten. Du hast, du bist Geburtzehrgang 1992. Bist du jemand auf dieser Fußballerskala eher auf dieser Seite, wo man sagt, mit viel Talent, das ihm in die Wiege gelegt wurde, oder eher auf der Seite von denen, die sich sehr viel erarbeiten mussten? Ich denke, ich habe sehr, sehr, sehr lange schon von meinem Talent gelebt. Natürlich muss man es dazu sagen, dass in der Akademie schon mit 14, 15 Jahren die Wege sich dann gespalten haben in den Profifußball. Ich habe da wirklich mit einigen sehr, sehr guten Spielen zusammengespielt, die wir es dann letztendlich nicht bis zum Profi geschafft haben. Und von dem her war es dort auch sicher harte Arbeit. Aber von dem her glaube ich, es ist eine Mischung. Aber ohne harte Arbeit, nur das Talent reicht nicht. Das kann ich jetzt die Jungen einfach sagen und bestätigen. Und hätte ich das vielleicht schon früher mehr beherzigt, wäre es vielleicht auch in eine andere Richtung gegangen. Okay, also bist du jemand, der dann schon so reflektiert und nachdenkt und hast du das Gefühl, okay, vielleicht da oder dort wäre mehr drin gewesen? Ja, natürlich. Man ist im Nachhinein immer gescheiter. Und ich bin jetzt, wie du schon erwähnt hast, auch ein bisschen in einem gehobenen Alter, zumindest im Fußballbereich. Und von dem her, sage ich, man hat reflektiert, was hat man mit 20 gemacht? Was hat man für Entscheidungen getroffen? Wo ist man dann schlussendlich hingekommen? Was hat man unterm Strich für Ergebnisse gehabt? Und da wäre natürlich sicher mehr möglich gewesen, aber unterm Strich war das mein Weg. Ich kann sehr gut leben, bin zufrieden und lebe im Hier und Jetzt und freue mich auf die Aufgaben, was jetzt kommen. Für alle, die deinen Weg nicht so genau mitverfolgt haben bis hierhin, kannst du uns einen groben Abriss geben, was dich von Stallhofen bis heute hierher gebracht hat? Ganz kurz, Stallhofen war der Beginn. Eigentlich bei mir in meinem Dorf, Geist aller Füchse. Das war jeden Sonntag 14 Uhr. War einfach eine coole Geschichte. Bin dann über Volzberg in die steirische Auswahl gekommen. Bin dort gescoutet worden dann von Austria-Wien. Hab es dort in die Akademie geschafft. Bin dort von der U15 bis in die Profimannschaft aufgestiegen. Dann waren die nächsten Stationen bei Grödik, bei Altach, kurze Zeit beim Lask. Dann wieder zurück nach Altach, Turtereich, eine sehr schöne Zeit verbracht mit einem Aufstieg, mit Europa League, mit Winterkönig. War eine tolle Zeit. Danach nach Innsbruck wieder einen tollen Aufstieg erleben dürfen. Danach habe ich gemerkt, in Österreich habe ich jetzt wirklich doch schon einiges gesehen und habe dann ein Abenteuer gewagt in Rumänien. Habe das dann abbrochen. Und seitdem habe ich mich dann für ein GRK entschieden und bin sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung und hoffe, dass das noch sehr, sehr lange so bleibt. Was waren so die markantesten Momente, die du jetzt, die so als erster aufpoppen bei diesen einzelnen Stationen? Puh, da waren sehr, sehr viele. Also da jetzt einige herauszupicken, ist sehr schwer. Ja, die jüngsten Ereignisse, sage ich, waren sicher in Rumänien, waren sicher sehr, sehr wilde Momente dabei. Aber das habe ich auch irgendwo hinter mir lassen. Aber sage ich, da konzentriere ich mich auch. Beim GRK haben wir gerade im Herbst richtig tolle Momente erlebt, wo wir zwischenzeitlich Zweiter waren hinter Liefering, Aufstiegsplatz, wo wir Wacker Innsbruck 3-0 geschlagen haben. Und da ist es natürlich sehr schade, dass keine Fans dabei sein können. Und sonst war sicher Europa League Qualifikation ein cooler Moment. Und dann die drei Aufstiege waren natürlich auch jeder besonders, jeder ganz eigen. Und unter der Saison in einem Jahr passiert so viel. Man lernt so viele tolle Menschen kennen. Es passieren so viele lustige wie schlimme Dinge. Und von dem her ist es echt schwer, dass man sagt, genau der war echt Wahnsinn. Gibt es so entscheidende Momente, wenn wir eben in diesem Bereich wieder sind, Talent und Eifer, wo man sagt, okay, das war jetzt so ein Knackpunkt für mich, wo sich ein Weg geschieden hat und ich habe diese Entscheidung getroffen. Oder da geht es jetzt durch diesen Moment für mich weiter bergauf, noch einen Schritt weiter in meiner Entwicklung? Definitiv bei Wacker Innsbruck. Auch dank einiger Spieler dort. Speziell ein Spieler muss ich einfach hervorhaben. Das ist der Slatko Deric, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe auf persönlicher Ebene, sportlich, menschlich, muss man einfach sagen, hat er mich sehr inspiriert. Und da bin ich echt am nächsten Step gegangen. was die Einstellung betrifft, aber ich bin auch draufgekommen, dass man unterm Strich, Talent ist super, hart der Arbeit ist super, aber ohne mentale Stärke geht gar nichts. Da kann ich so viel trainieren, wie ich will. Da kann ich so viel Talent haben, aber wenn der Spieltag ist und ich habe keine mentale Stärke, dass ich das auch abrufen kann und umsetzen kann, bringt mir eigentlich beides nichts. Hast du an dieser mentalen Stärke auch mit irgendwelchen Trainern gearbeitet, mit irgendwelchen Experten in dem Bereich? Ich lerne da eigentlich von meinen Vorbildern. Am meisten ist es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, genau das ist mein Guru, das klingt ja alles. Ich denke, dass es auch sehr, sehr cool an sich selber ankommt, an was glaubt man, wie lebt man und dann hat man es oder muss damit kämpfen. Aber es ist im Endeffekt immer so, dass man vor Probleme gestellt wird und je nachdem, bin ich auf der Suche nach der Lösung, entwickle ich mich weiter oder bleibe ich ständig. Und ich denke, dass man, dass ich auch dort drauf ankomme, bei jedem Einzelnen. Zum Thema mentale Stärke hat es eine Frage gegeben in der Facebook-Gruppe zum Grazer Stadtbuchgespräch. Da hat der Dieter gefragt, wie es mit deinen Ernährungsgewohnheiten aussieht. Er hat gehört, die werden sehr genau und du wärst da sehr, sehr pflichtbewusst sozusagen. Stimmt das? Bei mir? Ja. Ernährungsgewohnheiten, ja natürlich, man baut sich das auf. Ich bin mit meiner, speziell mit meiner Freundin, meine unsere Ernährungsgewohnheiten, wo es eigentlich immer, immer unser Rhythmus ist, was einen gut tut, wo man sich danach, wo weniger der Genuss jetzt im Vordergrund steht. Natürlich schmeckt es auch, aber mir ist dann wichtig, okay, wie fühle ich mich danach? Kann ich mich danach nicht mehr bewegen und liege nur auf der Couch? Oder fühle ich mich danach gut und bin leistungsfähig und bin auch im Kopf und körperlich bereit? Und von dem her ist, so wie auch, das ist auch ein wichtiger Baustein. Ohne Ernährung kann ich am Matchdog im Training nicht fit sein und ist natürlich sehr, sehr wichtig und gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind, wo im Sport so schnell geht und so viel körperlich ist, fitnessmäßig ohne Ernährung. Was ist das, was kommt bei euch so aus dem Tisch? Oder was sind so die Grundregeln, an denen ihr euch entlang handelt? Es ist eigentlich, so gehen wir mal, immer, es ist sehr viel Fisch, wir sind sehr gern Fisch, auch Pasta, aber es ist auch immer Gemüse oder Salat dabei. An dem orientieren wir uns natürlich das ein oder andere Mal auch eine Nachspeise gefragt, das ist natürlich, passt auch, aber das natürlich zum richtigen Zeitpunkt und das ist natürlich immer vor die Spiele. Wir achten da schon sehr genau drauf, dass das passt. Danach kann man sich dann auch einmal was gönnen, aber bis zum Match hin wird das eigentlich strikt durchgezogen. Wenn wir schon bei dir zu Hause sind, still liegen wir weiter im Privatleben herum. Gehen wir von der Küche ins Schlafzimmer, das ist jetzt schlimmer, als es klingt, aber wenn man da eben so genau drauf achtet, was tut mir gut, dann ist wahrscheinlich das Thema Schlaf auch eines, was man vor Spieltagen möglicherweise im Fokus hat. Gibt es da irgendwie, dass du sagst, ja ich muss vor einem Spiel so und so viele Stunden schlafen oder zu einer gewissen Zeit schlafen gehen, zu einer gewissen Zeit aufstehen? Ich glaube, das ist jetzt unabhängig, nicht nur am Matchtag, sondern wenn du jeden Tag um die gleiche Uhrzeit aufstehst, wir sind alle Gewohnheitstiere. Und von dem her, wenn ich Gewohnheit habe, ich stehe jeden Tag um 10 Uhr auf, weil ich wahrscheinlich ein Problem kriege, wenn man dann am Sonntag um 10 Uhr 30 gegen einen FAC spricht. Wenn ich jeden Tag aufstehe um 6 Uhr, okay, und ich habe um 10 Uhr Training, bin ich schon ein bisschen im Tag, ist natürlich dann ganz anders, wie der andere steht auch um 8 Uhr 30. Das hängt dann auch mit der Ernährung zusammen. Also ich sage, die Regeneration, die Ernährung, der Fokus auf dem Sport, die mentale Stärke, gehört alles zusammen, so wie die ganze Mannschaft zusammen funktionieren muss. Aber wenn ich das von alleine nicht auf den Platz bringe, wäre ich keine Leistung bringen. Dann noch einmal, der Lähne super, aber wo ich davor zwei Quarten Blöge essen, wäre ich dann noch nicht die Springs gehen. Und von dem her ist auch der Schlaf enorm wichtig. Und so geht dann, ob man jetzt vor dem Spiel noch ein kleines Wetter geschlafen macht oder nicht. Das ist dann, sage ich auch mal, Tagesform abhängig. Wann war dieser Moment, wo dieses Mindset für dich klar war? Wo du erkannt hast, okay, es läuft viel über das Mentale und ich muss auch rundherum bei Ernährung und Schlaf und so Pflichtbewusstsein, um erfolgreich zu sein im Sport. Der Moment war der, wo ich mir bewusst gemacht habe, ich habe nur ein Leben. Und was würde ich einmal am Ende meines Lebens erreicht haben? Wie muss ich dafür sein? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich gesehen werden? Aber auch, wie fühle ich mich wohl? Und so ist auch mein Mindset entstanden. Und von dem her hat man da natürlich immer Vorbilder. Man sieht, was die machen. Ich habe nichts erfunden. Ich habe nur von sehr guten Menschen für mich gesehen, einige Dinge übernommen. Die funktionieren für mich sehr gut. Ich bin sehr happy damit und führe damit ein sehr, sehr glückliches Leben. Und von dem her kann ich auch das Ummünzen dann in Leistung und in Erfolge. Ich glaube, für jemanden, der nicht Schwitzensport betreibt, ist das manchmal vielleicht ein bisschen ein Widerspruch, diese Antwort auf wie fühle ich mich wohl und sich dann aber tagtäglich überwinden, an körperliche Leistungsgrenzen bringen. Ist das manchmal bei dir auch Konflikt? Weil manchmal fühlt man sich vielleicht auch eher wohl, wenn man einfach mal nicht bis an die Schmerzgrenze geht? Man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist auch nicht immer lustig. Aber das Problem ist, gehe ich nie aus meiner Komfortzone raus. Dann werde ich nie Erfolg haben. Das ist einfach Fakt. Und ich muss einfach ab und zu scheiße fressen. Und harte Arbeit macht halt immer Spaß. Man hat auch nicht immer Lust. Aber man muss das einfach erledigen, dass man sieht, okay, was kommt am Ende raus? Wo will ich hin? Und dann geht man da einfach durch. Und ich denke, das ist einfach auch aufs Leben umgemünzt. Es scheint nicht immer die Sonne. Jetzt momentan, dann kommt sie wieder. Und ab und zu schneit es. Und von dem her muss man wissen, wenn es schneit, es kommt wieder die Sonne. Und wenn die Sonne scheint, muss man sich aber auch im Klaren sein, irgendwann wird es wieder schneien. Das ist sehr poetisch gerade. Von dem her, glaube ich, ist die Frage beantwortet. Du hast erzählt, dass du mit deiner Freundin gemeinsam zusammenlebst. Wie funktioniert das bei so einem Wandervogel wie du es weißt in den letzten Jahren, dass das Privatleben auch noch irgendwie funktioniert? Das stelle ich mir irgendwo zwischen Innsbruck, der Austria, Graz und Rumänien gar nicht so leicht vor, dass man die Beziehungen, die man im Leben hat, vernünftig pflegt. Schwierig. Das ist natürlich sehr schwer. Das habe ich die letzten Jahre jetzt sehr, sehr gut geschafft. Ich denke, da war die schwierigste Zeit, sicher, wo ich in Altdach war, weil es ist natürlich sehr, sehr westlich in Österreich und dann ist man schon, jetzt ist man ja in Graz, also man ist schnell in Salzburg, in Wien, das geht sich alles schnell aus. Aber Vorarlberg, da kommt man halt gar nicht ganz hin. Und war nicht einfach, ist jetzt viel angenehmer. Und auch meine Freundin habe ich in Innsbruck kennengelernt, die ist mit mir mit nach Rumänien und wohnt jetzt bei mir in Graz da und wir fühlen uns sehr wohl. Natürlich wäre es schön, wenn alles wieder sich normalisieren würde, wenn die Pandemie überstanden wäre, wenn die Geschäfte aufsperren, wo man einfach in die Stadt gehen kann und einfach sich hinsetzt und einen Kaffee trinkt oder was ist. Wäre natürlich angenehmer. Aber wir nehmen uns auch so an und fühlen uns sehr wohl. Und von dem her. Finde ich schön, dass du in Rumänien warst und sagst, Alltag war das Abgelegenste. Finde ich gut. Über das Rumänienabenteuer müssen wir nochmal sprechen. Man muss einfach sagen, in Rumänien habe ich so sehr, sehr viel Zeit gehabt. Da habe ich einfach nur denken müssen, okay, wenn es jetzt bei mir eine Szene ist, ist in Österreich nein. Und da habe ich einfach so viel Zeit gehabt, wo ich mit meinen Kontakten, mit meinen Freunden, mit der Familie auch genug Zeit gehabt habe, zu telefonieren und in Kontakt zu treten. Und wenn ich dann da war, was immer nur begrenzt war, hast du dich mit die Wichtigsten getroffen. Aber du hast gewusst, das andere geht sich nicht aus. Und von dem her war das trotzdem in Vorarlberg. Wenn ich jetzt noch, wenn ich von Rumänien heimwolle, bin ich habe mich ins Flugzeug gekauft, war in, ja, drei, vier Stunden war ich in Graz. Wenn ich von Vorarlberg heimwolle, habe mich ins Auto gesetzt und habe gedacht, wenn ich in sechs Stunden daheim bin, bin ich froh. Das ist natürlich... Über das Rumänien-Abenteuer müssen wir sprechen. Du hast ein bisschen, also ich habe es, glaube ich, durchgehört, dass das kein besonders gelungenes Abenteuer war, im Nachhinein betrachtet. Du warst ein halbes Jahr, ein knappes halbes Jahr dort. Was hat dich dorthin verschlagen und was hat dich so schnell wieder zurück verschlagen? Zehn Jahre, mit 17 Jahren, bin ich in die erste Liga gekommen, zehn Jahre in Österreich in der ersten und zweiten Liga gespielt und wollte dann was anderes sehen. Das war für mich klar und auch für meine Entwicklung, glaube ich, enorm wichtig. Ich habe dort sehr viel reflektiert, ich habe dort sehr viele Dinge im Leben noch einmal richtig verstanden und von dem her war es für mich ein sehr gelungenes Abenteuer eigentlich, obwohl es eine harte Zeit war. Es war eine aufregende Zeit, aber es ist, man kann jetzt den österreichischen Standard mit Rumänien, kann man nicht einfach vergleichen. Das geht einfach nicht, das funktioniert nicht. Rumänien ist da an einem anderen Punkt in ihrer Entwicklung. Aber wenn du jetzt 27 Jahre den Standard von Österreich gewohnt bist und dann nicht wie du fliegst jetzt zehn Tage in die Türkei, Trainingslager, bist in ein super Hotel und bist dann wieder daheim und super, alles fein. Nein, du lebst dort, du bist jeden Tag dort, du siehst, wie alles passiert. Du siehst, wie Streuner, die Hunde, die Hunde liegen, das gibt es bei uns nicht. Die haben kein Wasser, du füllst mit. Man sieht einfach, dass es nicht all so sauber ist. Die haben noch sehr viel Müll. Die Straßen sind nicht so angenehm. Ich habe bei uns da in Österreich noch nie gesehen, dass ich bei einer Straße in der Mitte eine Insel ist und da ist jetzt eine Ziege oder da ist jetzt eine Städte zu was und schaut dich an. Das habe ich dort erlebt. Und auch von der Sauberkeit her ist bei uns halt ein ganz anderes Thema. Auch von der Sicherheit her. Man fühlt sich bei uns einfach sicher, wenn ich dort in der Stadt herumgegangen bin und drei haben mich verfolgt. Ja, nicht so fein. Und von dem her nehme ich die Erfahrungen sehr, sehr gerne mit. Und gerade was für alle Menschen, was jetzt, da sage ich mal, nicht die dankbarsten sind, verbringen Sie mal ein paar Monate in Rumänien und ihr kommt es ganz anders zurück. Für jemanden, der so zielstrebig ist wie du, der eben sagt, ich habe mir Gedanken gemacht und ich weiß, was ich will vom Leben, wo ich hin will, gibt es wahrscheinlich immer auch Aufgaben, die man jetzt für sich noch bewältigen will, Schrauben, an denen man drehen will, auch an sich selbst. Was gibt es gerade für Dinge, die du gerade lernst oder angehst, die du noch nicht kannst? Also, ich lief sehr gern. Da geht es immer, ich bin auch sehr, sehr gut vernetzt im Immobilienbereich, alles, was dort passiert. Ich beschäftige mich jetzt momentan wieder einmal mit Persönlichkeitsentwicklung. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig für mich, weil ich da einfach immer den nächsten Step gehen will. Aber auch mit Immobilien, mit dem Steuerrecht, rechtlichen Dingen, was man sagt, sind für mich einfach wichtig. Und da mache ich eigentlich, sage ich, speziell in Büchern, lerne ich sehr, sehr viel. Aber ich denke, dass wir da heute besser beim Sportlichen abbleiben. Und da verfolge ich einfach die Ziele. Und ein großes Ziel ist natürlich, in die nächste Liga aufzusteigen. Und das ist, sage ich, für das komme ich jeden Tag daher. Für das stelle ich jeden Tag an den Platz. Für das gehe ich jeden Tag in die Kabine und versuche dort auch etwas mit allen anderen zu erreichen. Ein Teil von etwas zu sein. Und ich denke, das ist dann auch das Schöne, wenn sich alles normalisiert, wo auch jeder Fan wieder Teil davon sein kann, von hoffentlich einer richtig tollen Geschichte. Gibt es ein Buch Bereich Persönlichkeitsentwicklung, das du empfehlen würdest, wo du sagst, ja, das sollten eigentlich mehr Menschen lesen? Das Café am Rande der Welt von John Strelecki. Gibt es auch schon drei Teile. Ist sehr, sehr interessant. Auch die weiterfolgende, also die Big Five for Life, sage ich, ist unglaublich. Für alle, die ins Unternehmertum einsteigen möchten, denke ich, das sind fünf Bücher mit den Fortsetzungen und hat auch noch andere tolle Bücher und alles, wo man sagt, da stellt man sich die Frage, Server, warum sind wir da? Was will ich mit meinem Leben anfangen? Und ist natürlich für jeden unterschiedlich. Jeder zieht andere Dinge daraus. Auch wenn man das zweite Mal liest, kommt man auf ganz andere Dinge drauf. Und von dem her kann ich das nur empfehlen. Ist sehr, sehr cool. Du hast es anklingen lassen, dass du dich eben mit Immobilien beschäftigst. Offenbar also auch mit vielen anderen Dingen neben dem Fußball. Du bist anscheinend auch keiner, um den man sich Sorgen machen muss, wenn er irgendwann mit dem Kicken aufhört, dass er nicht mehr weiß, was er mit sich anfangen soll und wo die Karriere dann hingehen soll. Seit wann hast du irgendwie diese Karriere danach geformt? Das mache ich jetzt eigentlich seit einigen Jahren. Man findet seinen Weg und das ist einfach, das war ein Teil von mir. Das war auch natürlich, man spielt nicht ewig. Wenn einige von uns bis 35 spielen, haben sie eh schon eine tolle Karriere gemacht. Wenn es einfach, sage ich, bis in der Bundesliga bleiben, zweite Liga, ist natürlich überragend. Aber danach geht das Leben weiter und wir verdienen jetzt als Profisportler, sage ich, die meisten 15 Jahre oder 10 Jahre, verdienen wir nicht so schlecht. in der zweiten Liga, sage ich nicht, das unglaubliche Geld. Also was habe ich für Investments, die dahinter laufen? Was schon vielleicht ein bisschen ein Vermögen aufbaut, wo ich sage, danach kann man davon leben oder was habe ich für Ideen danach? Und von dem her steht das für mich trotzdem noch in den Sternen. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist meine Zukunft und das mache ich. Für das bin ich zu offen und ob ich dann danach im Fußballerbereich bleibe, ob ich vielleicht einmal die Trainerausbildung mache, ob ich, sage ich, jetzt der Didi Elsnick macht das unglaublich vor, er steigt jetzt auch gleich um. Das ist eine ganz neue Herausforderung. Und das kann ich mir für mich auch sehr, sehr gut vorstellen. Und vielleicht auch in ein anderes Unternehmen mit Immobilien oder mit jungen Menschen. Aber ich denke, für alle Fußballer, die was sehr, sehr früh damit beginnen, sich über später Gedanken zu machen und beginnen, ihr Geld sinnvoll zu investieren. Und damit ist jetzt kein Auto gemeint, sondern wirklich sinnvoll investieren in eine Immobilie, was Ertrag bringt, kann ich das jedem nur wirklich zu Herzen legen, dass er das auch machen kann. Was mir aufgefallen ist, das ist jetzt ein bisschen ein inhaltlich größerer Sprung, wenn man dich googelt, der allererste Link führt zu deinem Management, zu deiner Spielerberatung. Eine Welt, die für viele Fußballfans, glaube ich, nur schwer ergreifbar ist, was die überhaupt tun, warum man als Spieler einen Spielerberater braucht. Deswegen habe ich mir gedacht, frage ich mal nach, warum braucht man einen Spielerberater? Also mein Spielerberater begleitet mich jetzt schon seit über zehn Jahren. Was tut er? Er steht immer mit Rat und da zur Seite. Ich denke, je nachdem, jeder hat ein anderes Verhältnis zu seinem Spielerberater. Ich kann meinen jederzeit anrufen. Wir haben ein sehr tolles Verhältnis, sehr freundschaftlich. Und von dem her, natürlich, ich denke, ich denke, ich täte es einige jetzt in Verhandlungsthemen nicht Profis sind. Und von dem her, denke ich, ist es sehr, sehr gut, dass man einen Experten für sein Gehalt verhandeln lässt, als man stellt sich selber hin und sagt, das hätte ich gern. Und dann sagt der andere, nein, und dann ist es vorbei. Also, ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man das hat. Und auch für jeden Transfer ist es enorm wichtig, dass man einen Spielerberater, im Endeffekt, einen Experten neben sich hat. Und ein Thema, das ich mit dir auch noch ansprechen wollte, ist, dass ich mir in der Recherche einen Haufen Videos angeschaut habe, von dir, auch von früher. Und was mir aufgefallen ist, du hast offenbar nicht nur an deiner Persönlichkeit, sondern auch stark an deiner Sprache gearbeitet. Wenn man aus Geisterl kommt, ist man durchaus nicht mit Hochdeutsch von Grund auf gesegnet, in seinem persönlichen Umfeld wahrscheinlich. Das ist ein Thema, das du irgendwann im Laufe der Zeit angegangen bist, bewusst oder unbewusst? Wie soll man sagen? Wenn man wirklich in fast jedem Bundesland schon gelebt hat, bis auf jetzt der Kärnten und da bin ich aber so privat sehr gern. Burgenland habe ich halt keinen Bezug. Man kommt mit so vielen Dialekten zusammen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Aber natürlich, ich denke auch, was jetzt das Business angeht, habe dann auch ein paar Freunde, bin dann in Deutschland ab und zu oder unten in Slowenien und man redet dann mit allen. Man kann nicht immer im Dialekt reden, das funktioniert nicht. Und ich sage jetzt gerade, den Dialekt, das Geisterl, habe ich dann spätestens eigentlich schon in Wien abgelegt. Da habe ich schon ein bisschen zu sehr Wienerisch geredet, haben meine Freunde gesagt. aber jetzt habe ich eigentlich für mich meine eigene Sprache entwickelt und es dann verändert sich natürlich, wenn ich jetzt bei meiner Familie bin, falle ich vielleicht schon einmal in den Dialekt zurück, länger, dass man spricht. Aber so bin ich sehr zufrieden mit meiner Sprache, weil meine Freundin ist ja von Innsbruck, die haben auch wieder ihren Dialekt. Also von dem her komme ich da schon sehr gut zurecht. Bist du jemand, der so irgendwie nach drei Tagen Wochenendtrip irgendwo hin schon so wie Dialekt-Chameleon ist und plötzlich spricht wie irgendwie wie alle in Wien oder wie alle sonst wo oder brauchst du bei dir länger? Nein. Okay. Nein, also gar nicht. Also den Vordelberger Dialekt habe ich nie angenommen, keine Chance. Den Innsbrucker Dialekt, den kann ich sehr gut nachmachen, aber nicht reden. Das mache ich einfach nur so zum Spaß. Das ist einfach immer so eine kleine, ja ist immer witzig. Kostprobe bitte. Ja, sehr schön. Es ist sehr schön. Im Rachen offenbar ist gesund. Wir gehen langsam aber sicher in die Zielgerade. Eine Frage, die in den letzten Minuten bei mir auch noch aufgetaucht ist, ist die, wie man all das, was du in deine Persönlichkeit investierst und an Energie, die du auch in den Sport investierst, wie man das zusammenbringt mit einem Mannschaftsgefüge. Wie ist es, wenn man offenbar sehr fokussiert ist auf das, was man da tut, sehr viel auch rund um den Platz investiert, damit das funktioniert, wenn man dann, ich mutmaße jetzt mal, andere auch in der Mannschaft hat, die da nicht so viel Energie reinstecken, die vielleicht eben diesen Schalter im Kopf noch nicht umgelegt haben, den du mal umgelegt hast. Wie schafft man es da trotzdem jedem seinen Weg zu geben und als Mannschaft gemeinsam nach vorne zu schauen und gemeinsam anzugreifen? Ich denke, da ist das erste Mal Akzeptanz und Respekt ein großes Thema. Wir sind alle verschieden. Jeder geht seinen Weg, für jeden ist was anders richtig und von dem her soll das auch jeder machen. Jeder steckt andere Energie rein. Ich habe genau meine Ziele. Ich weiß, das geht nur mit unserem Trainerteam, mit der Mannschaft, aber auch mit dem ganzen Verein. Und ich denke, je mehr dann das Denken hineinbekommen, okay, für was sind wir da? Weil wir sind trotzdem leistungsorientiert. Aber ohne Spaß wird es auch nicht nicht gehen. Also müssen wir trotzdem eine gute Stimmung reinbringen. Und wir haben sehr viele junge Spieler und die stehen am Anfang ihrer Karriere. und auch denen würde ich helfen, wo ich jetzt sage, hey, geht es den nächsten Step? Steht es ein bisschen früh auf? Okay, ich bin jetzt schon ein bisschen älter und meine Karriere wird nie mehr so explodieren. Aber vielleicht wird es für den einen oder anderen passieren. Und dann freue ich mich riesig, dass wir da einfach den Weg zusammengeschrieben haben. Und von dem her sage ich, jede Minute, die ich da bin, die ganze Energie, die man da reinsteckt, muss einfach, es muss immer authentisch bleiben, sonst kauft es da keiner ab. Und von dem her versuche ich da einfach das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn sich jeder um drei, vier Prozent steigert, sind wir so viel besser, dass wir unterm Strich unsere Ziele erreichen können. Das ist einfach Fakt. Wir haben eine Kategorie in diesem Podcast, die ich erst später erwähne, weil ich gerade draufkomme, es gibt noch eine Frage aus dem Start-Club-Gespräch aus der Facebook-Gruppe. Da will der Didi wissen, wie du auch nach zehn Jahren auch in der zweiten Liga das Level aktuell in der Liga bewertest. Wie gut ist Liga 2? Also, ich muss sagen, die 10er Liga war damals schon eine andere, wo jedes Spiel auch aufs Geil übertragen worden ist. Muss man einfach sagen, war auch, denke, die Qualität etwas höher einzuschätzen. Eben, weil auch in der Bundesliga nur zehn Mannschaften waren und in der zweiten Liga zehn. Und da waren einfach alle Profis dabei. Und da hat es das eigentlich nicht gegeben. Jetzt war eigentlich auch relativ immer ein tolles Stadion. Natürlich hat sich das jetzt mit 16 Mannschaften verändert. Aber ich denke, dass wir trotzdem wirklich ein tolles Niveau haben. Dass teilweise sehr, sehr gute Spiele sind, ab und so wieder weniger. Aber das ist in jeder Liga so. Und von dem her denke ich, ist es auch eine sehr, sehr ausgeglichene Liga, wenn man sieht, wie eng es beieinander ist. Wenn man zwei, dreimal verliert, ist man auf einmal unten drin, gewinnt man, kann man fast aufsteigen oder kommt man zumindest in die Relegation. Und von dem her denke ich, ist ein gutes Niveau. Wie groß ist der Sprung zur Bundesliga aus deiner Sicht? Das ist ein großer Sprung. Das ist ein großer Sprung. Warum? In der Bundesliga ist trotzdem man konfrontiert eigentlich erstens einmal mit viel besseren Rasen. Das ist einmal Fakt. Und es ist viel mehr spielerisch gelöst. Natürlich, man muss schneller denken im Kopf. Es ist aktuell bei uns auch mehr auf Zweikampf aufgebaut, sag ich einmal. Wo du hinkommst, gerade jetzt im letzten Spiel in Steyr, wo der Platz nicht optimal ist. Da braucht man dann einmal zwei, drei Kontakte mehr. Den Platz hast du in Salzburg nicht. Wenn der erste Kontakt nicht sitzt, ist der Ball weg. Und von dem her ist das schon ein großer Qualitätsunterschied. Dann kommen wir jetzt zu der Kategorie, die wir immer haben in diesem Podcast. Jeder Gast stellt dem nächsten Gast eine Frage und der nächste Gast muss die dann eben beantworten, ohne dass man weiß, wer der nächste Gast ist. In der letzten Folge, das ist schon ein bisschen mehr als ein Jahr her, war ich der Gast tatsächlich und habe eine Frage formuliert für dich und zwar mit welchen drei Eigenschaftsworten du deine Beziehung zum GAK beschreiben würdest. Leidenschaft, Emotion und Freude. Sehr schön. Jetzt gibt es deine Frage für den nächsten Gast. Wie sieht dein optimales Spiel für den GAK aus? Wie viele Tore möchtest du schießen oder Vorlagen geben und wie soll das Ergebnis sein und gegen wen möchtest du mit dem GAK gegen was für eine Mannschaft möchtest du spielen? Okay, die Frage nach dem perfekten Match. Passt, werde ich das nächste Mal stellen an den nächsten Gast. Danke dir vielmals fürs Beantworten aller unserer Fragen. Danke. Und danke euch fürs Zusehen, fürs Mitdabeisein. Die nächste Folge gibt es hoffentlich in etwas kürzerem Abstand als dieser Abstand jetzt war. Also wir werden ein bisschen weniger als ein Jahr brauchen, da bin ich zuversichtlich. Habt's bis dahin eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis hoffentlich möglichst bald wieder mal im Stadion. Ciao. Ciao.